Dieser Regenschutz E-Bike ist wunderbar. Ich finde das perfekt. Man sieht auch sehr gut. Es ist genügend Platz, die Belüftung ist wunderbar. Vor allem auch für Mütter, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen wollen, im strömenden Regen. Ich finde es auch gut, wenn ich ins Büro fahre. Ich brauche keinen Regenschutz. Ich bin nicht verschwitzt, wenn ich bei der Arbeit ankomme. Es ist ideal. Auch die Montage geht sehr schnell vonstatten. Der Aufbau, das Zerlegen und das Zurückstecken wieder in die vorbereitete Tasche ist wunderbar. Ich bin also voll zufrieden und kann das nur weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.